ja heil leute nach dem lustigen handen kampf in der letzten folge habe ich überlegt dass wir mal ein wenig unsere fäuste spielen lassen diesmal weil unsere hätte schon einiges wieder auf dem kasten guck mal diesmal schaffen es ist auch direkt vor der haustür nach bist du da hast du schon geguckt und dass wir noch mal einen handkampf kommen den handkopf machen und die jahre stadt vor abgeben mal schauen was man so alles heute schaffen ich bin gespannt wie fit die jungs sind gegen uns aber unser wei hat es ja wirklich mittlerweile ganz schön auf dem kasten packen mal definitiv heil noch ankommen mit unserem auto so uns mit rechts leiden bella oder der schöne wagen naja sie ist ja nur eine halbe million von daher so da ist der stück zum 1 doch oben her oder wenn du mich jetzt mal gucken ich weiß es gerade nicht wo jeder eingang ist verdammt noch mal das stimmt doch unten ok also stehe runter und wir haben doch keine zeit trägt sie verdammt noch mal so naja gut da kann der welt sich wenigstens mal ein wenig warm machen damit auch richtig böse abgehen kann ich hab doch mal wo geht es denn hier rein aaa aaa was sieht das denn aus natürlich bin wei man ja man man hat viel von mir gehört schon mal so ihr böschchen dann zeigt mal her was ihr könnt der papa ist da klatsch 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 na 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 so hast so haben wir nicht gerechte kollege bam och man ich wollte gerne noch mal machen na gut oh da ist doch ich den zahn geflogen haha schönen Gruß hat deinen zahnarzt man klatsch klatsch darts darts komm her jungs kommt her papa hat noch ein paar nette Geschenke vor euch nämlich blaue Augen und gebrochene Nasen heute gratis im Doppelpack Ah, schade, ich wollte gerne beide wischen. Verdammt, komm. Komm, weh. Ah, fuck. Dann machen wir halt immer einzeln. Na, na, eine Magengrube und noch einen richtig schönen Finisher. Kommt her, Leute. Mann, zeigt mal, was ihr könnt. Hopp, hopp. Ja, komm her, Mann. Na komm, zeig mal, du kannst. Ja? Das war wohl zu schlecht für mich, Junge. Na, knatsch auf meinem Knie. Na, bleib... Na. Wieso wollt ihr eigentlich immer von hinten angreifen? Kann mir jemand das mal erklären? Komm. Batsch. Au. Bam, in den Hinterkopf, ey. Na, wir bleiben die Nächsten. War auch schon eine fette Runde, Leute, oder? Jawohl, und der Tag bricht gerade sogar... Oh, fuck you, ey. Komm her. Bam. Na, dicker. Jetzt kommst du mal. Ich hasse euch. Da, 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 da. Bam, 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 bam. Daaats. Haha. Klatsch. Roter Mutti. Bam. Genau auf den Hals. Ah, Leute. Fünfte Runde. Sieht ja richtig gut aus, diesmal. Ja. Ja. Dann, dann, dann. Na. Na. Jo, Junge, Junge, Junge. Klatsch. Gute Nacht. Hahaha. HIE RÖSELS BASCHEN DIEGEN KOLLEGE aber ja, ich hab doch mal, ich hab doch was ganz feines gefunden für dich, komm mit! Guck mal! eine schöne nette Wand! Wie finden die? Na, kann ich besser, Junge Na, na, na Bam Oh, der neue Move ist echt ultra geil, Leute Haha, zwei auf einen Streich Coole Sache Na, 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 na Du bringst mich hier nicht um Davon trafst du vielleicht Du bleibst mir direkt liegen, Kollege Zack, zack Haha, Bam Richtig schön auf die Kauleiste, ey So, ich hab letzte Runde, oder? Na, zeig mal, was ihr könnt, Leute Bam Dreck nur zwei wieder Ah, der Move ist so ultra geil, Leute Immer von hinten, immer von hinten, die feige Socken hier Ja, ja Ja, ja, komm her Na, na, na Das letzte Mal bisschen Na, 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 dicker, nix mit da Na, 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 na Na, 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 na Das macht man doch nicht mit mir hier Bam Boah, die dicken halt mal einiges aus Kann das sein? Verdammt, verdammt, verdammt Den muss ich Aber Den muss ich aber echt Aufpassen, verdammt Behalte dich weg Aune um Fuck you Wir haben noch einen Versuch, Leute Boah, war das mies, ey Shit Boah Ich hol mir erst mal die Statue ab Und dann Gibt's Rache, Leute So ein Fuck, ey So, fahr ich eure Autos jetzt zu Schrott Und dann versuchen wir's noch einmal Zwei Kilometer, verdammt nochmal Upala Einmal Rückkehrsgabe Boah, der Teil kann fast auf der Stelle drehen Echt krass, ey Wir haben bei allem uns Drei Kilometer müssten ja mit dem Wagen rucki zucki sein So ist so, dann haben wir schon ein Kilometer fast hinter uns Hau ab Motorradfahrer Aus dem Weg Der Chef könnte Das macht Laune, die Karre Also, ich hab am Anfang echt gedacht, ich komm mit der Null klar Aber Es geht Ah ja Hau ab Tschüss Wer rumholt, fliegt von der Straße Danke Danke Für das Lob Boah, das geht aber echt super fix, ey Geil, 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 Leute Guck mal Wir haben zwei Kilometer hinter uns schon fast Oh, fett, 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 die Karre, ey Wie schnell fährt die eigentlich? Was ist das für ein Modell? Ist das ein Lamborghinios, oder? Alles lang So, muss man hin, runter, hoch Boah Ich muss richtig konzentrieren bei der Geschwindigkeit hier Aber Das klappt Links runter Okay Liebes Navi, bitte lotse mich richtig Boah, was geht die Karre ab, ey Leck, Gummio, ey Ist das geil Wuhuuu Oh, das hat eine Sprungschanze Hm Keine Ahnung Ui, ein Und nochmal rüber Geil Zack Sind wir beim Chef Hey, Meister Meister, Meister, Meister Ich bin mal was Neues Noch vier Stück Danke 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 für die Statue Es scheint, sie alle finden ihre Weg zurück zu mir Vielleicht war das ihr destiny von der Anfang Was das macht mich? Oh, ich habe keine Angst, dass ihr zurück zu Hongkong Will passieren viele Destinies Uh huh At least, deine Ja Surely Das ist warum du in der ersten Stelle Vielleicht ich wollte nur zurück Vielleicht Und vielleicht Ich versuchte meine eigene Regeln Und traine einen gewissen Triad Für keinen Grund Aber ich denke, dass wir beide anders wissen Was würdest du gerne? Lernen wollen Hm Was muss ich sagen? Das ist ein bisschen doof Doppelter Sprung Kick Das ist nochmal eine coole Sache Das lernen wir auf jeden Fall Der passt zu unserem Rufen Dann kommt Das dickste Den Max Ein aggressiver Konto Der einen Gegner zurückwirft Haha Ich bin schon mal gespannt Erstmal auf den hier So wie geht der? Sprint in Space Ah ok Wenn meine Studenten Were merely Ah Hahaha Wie geil ist das denn ey Bam Bam Den setzen wir gleich schon ein Fettes Ding Cool Coole Sache Das zeig Bam Bam Ja Ull Wie Judo Was hast du gegen Judo Kollege? Grundbasis alle Oho wie geil Winglau Intermeister Please Stop by again If you find me under my stack Jawohl Meister So jetzt rechnen wir uns nochmal Was haben wir eigentlich für eine Mission vor uns? Wo ist die überhaupt? Interessen konflikt? Ein Führerhinweis 3 Wo ist der? Ah der ist sogar in der Nähe vom Das von Martial Art Was ist das? Mhm Da kommt kloppen wir uns nochmal beim Martial Art Äh wo ist denn der? Von eben Ach der der bessere, wir fahren jetzt hier hin Und der Hinweis und da fahren wir zum Martial Art da unten hin Ja, so machen wir das Ja, ja, komm Ist gut Heult nicht rum Könnt uns fast ein Auto hier leisten Leute Cool Hunderttausende Hammers Geiles Wetter Könnte öfters so sein Ich bin ja mal gespannt auf Sleeping Dogs 3 Ich hoffe, das kommt echt für den PC raus Wäre so geil wär das Ich hab auch ein neues Projekt Eventuell Mache Ich mach nur auf das ok Das wär echt cool wenn das funktioniert Schein Kleister Verdammt Kann ich das Ding runterschubsen? Mistmühle, verdammt Ach Aber schön, ja Wie der da Drinnen ist Also einbretioniert Hm, netzes Ding auf jeden Fall Nettaback Hm, na gut, wir fährten so Du bleibst mal hier Danke fürs Motorrad Tschüss Ja, Drex hier holt sich am Motorrad Unglaublich Leute, oder? Und das ist freiwillig Hmhm Darauf fahren wir nicht nochmal rein Wir fahren jetzt richtig direkt Versuche ich's zumindest Haha, ich wusste es Dass ich die eine Abzweigung verpasst hatte Aber egal Das sind ja wirklich nur noch ein paar Sekunden Lass mich bloß in Ruhe, sonst rappelt's hier Richtig Aber Ja Das tut mir jetzt ganz schön Jucken Dass ich das Versaut hatte Bezüglich Martial-Arts Das machen wir gleich mal richtig, ja Ne, das machen wir gleich Nach diesem Nach diesem Hinweis Das muss ich noch machen Das ist Pflicht Programm heute So Rechts rum Und Links rum Und Wieder rechts Oh, geil Wie lange das Wetter heute anhält Ah, gefällt mir Gefällt mir Das ist da Aber das Romische Rennen Ne, ne, das kann ich nicht Ups Drehen Verdammt Na, ein Vorteil hat das Motor heute Man sieht auf jeden Fall nicht Wie oft ich schon irgendwo gegengedetscht bin Haha Wie komm ich nah hin, verdammt Me Ähm Ah, da, dann Okay Jup, die sind richtig Mhm, mhm, mhm Guck, ob das Spiel realistisch ist Ich schreibe jetzt mal so ein Auto mit dem Motorrad Wo was passiert Oh, man sollte auch treffen Oh, fuck it Hahaha Na, zum Glück hat der Ray einen Helm an Da komm, die paar Meter können wir jetzt so Fuß latschen Woher kommt noch ein Auto? Oh, oh Kein Auto Mist Ich will ein Auto, verdammt Hm Das ist mit Starla Mit Starla Scheint da lang zu gehen Ah Nein Mach ich denn noch Platz, ich Idiot Boah, wie wenig Autos hier fahren What the fuck, ey Was geht? Au Ey, ich Alter, ich zeig dich an mir in Körperverletzung Ah, ich glaub wir sind trotzdem schneller, wenn wir so eine Schüttelmühle holen Oh Der weist mich schon aus Ich hab schon mal schon einen gewissen Ruf So Guck mal, ob ich mit deinem Auto machen kann Na gut, ein bisschen sind wir schon schneller 200 Meter Yes Sind fast da Oh, ein bisschen rüber Okay Da runter Hä? Ah Wir sind richtig, oh zu sagen Mein Navi war mich grad echt ein voräppeln Willer Okay, machen wir Zack, raus your way Okay, äh Gibt's hier was anderes noch? Okay, wir müssen mit dem Motorrad schon mal fahren Oder sie ist mit dem Motorrad gekommen Oh la la Oh la la Oh la la Okay Bist du nervös? Ein bisschen Schau, ich werde dir den ganzen Weg hinter dir sein Danke, Wei Ich freue mich wirklich auf die Hilfe Ich weiß, dass Katushka auch will Niemand sonst da schaut nach einer Mädchen wie uns Es ist gut zu wissen, dass wir dich an unserer Seite haben Hm Mhm Also Leute, ich gucke nur auf den Rücken, weil das so von der Kamera vorgesehen ist Also Ich bin's nicht Bartin hilft schon, ob das nicht irgendwann Probleme geben könnte So, hier ist er Äh, ist sie Ist das dein Freund? Aha Ich sagte ihr, dass du dir das Immigrationproblem helfen würdest Oh, ja Wir werden das ausprobieren Komm her, Honey Mhm Oh, verdammt Beihung Trixi Na, ob das hilft? Ich bezweifle es Naja, stecken wir das CIA, schafft das schon Die Zoom ja Nehmen sie Linias Motorrad, okay? Und dann? Die schaffen es hier aus dem Pixel, ähm, komplett vollständiges Bild zu machen Wie man in der Serie immer sieht Wow, 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 lasst mich doch nicht durchschauen nochmal Ich hab doch keine Zeit hier Ich muss das Mädchen retten Wow, mal die Schwäge Zack, rüber Wunderbar Da sind die beiden, okay Fährt er hin Uhhh, was geht noch weiter? Scheimkleister Ist ja richtig Stress hier Uhhh Zehn Sekunden haben wir Uhhh Oh, fuck, 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 fuck Fertig Vorall dich Fertig weh Uhhhh Wey Uhhh Nein, 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 nein so ist auf motorrad ganz schnell dann das so ist bei um kurz er kann ich da weben schon besser aus ich bin nicht jetzt mittlerweile ein bisschen mit dem motor hat so sagt hier ein das muss ich noch mal achten das kann man nicht unterbrechen und weil er jetzt ich sehe schon kommen dass das eben der letzte punkt war nicht erinnert mich noch mehr ich weiß immer gut in der zeit ach so kriegt zeit dazu ich habe es wäre eben verdammt knapp gewesen wo man was ist das ein stress jetzt habe ich zum glück eine minute aber ich hasse solche zeitmissionen wie die pest wie findet ihr solche zeitmissionen unter zeitdruck etwas zu machen jetzt hier also knacken und so ok aber durch die straße noch hetzen schrecklich hat russmann ohr die mühle kommt ja kommen hoch hier machten sie auf die angst des bootes auch gottseidank wie soll sich ein boot und das hat und da ja ich komme auf das boot hier tschüss leute ich schlammle mal kurz das boot polizei einsatz das beschlagnahmt ich krieg dich junge ich will meine mädchen zurück ganz schnell schwimmen sie hinein woran okay ich ein boot einfahren einfach aber botan schon neustelle rein finden sie linie machen wir interessant durch keine situation coole sache daran auch gedacht haben mehrere leute das hätte ich noch mitnehmen sollen da merken merkwürdig neun knallerei wieder wo sind die kamera bitte hin hallo ich würde ja was sehen davon hallo es geht ab hallo leute ich hab keine ahnung was schon machen soll ach sieh mal an wer da ist runter mit dir weh oh idiot kopfschuss da haben wir noch einen das hat mich manchmal so blatt so so wo 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 Nein we was machst du doch verdammt wo da die rome auf jeden fall So, wo bist du, Drecksack? Siehst mich grad nicht gut, da knacke ich das Teil mal schnell. Komm mal auf. 13. 11. Oh, verdammt. Ach, Mann, blöder Finger hat Zucker. So. Simsalim, mach das Ding auf. Und nur das. Gucken, ob es hier noch eine Statue gibt oder so. Äh, wey, ich will kein Messer. Oh, warte, auf mein Messer. Ich will die Knarre wieder haben. Mal die halt damit. Coolt, da ist nix. Komm mal auf zum Typen. Ja, komm raus. Boah, alter, mit ner Shotgun, what the fuck, ey. So, kriegt der paar Kopfschüsse hier, guck. So. Wow, nice move, Kollege. Aber nicht gut genug, for the way. Komm, tschüss. Boah, aber der Move von den Typen ist echt pervers gewesen, definitiv. Dann haben wir wohl mal auch nicht Shotgun. Hahaha. So, Kollege. Mal falle ich da nicht drauf ein. So. Bam, bam. Boah, nach Land. Puh. Fertig, fertig. Barz. Die offen oder zu? Der ist zu offen. Okay. So, Kollege. What? What? Das war aber knapp, Leute. Die hab ich nicht gesehen. Brrrr. Stimme, wer? Hm. Ja, komm. Jetzt kann ich die beste dann nicht Shotgunte, würde ich sagen. So, dann befreien wir mal die hübschen Mädels. Ja, keine Sorge. Gib mir ein paar Sekunden mit, dann passt das. Zack. Ja, ich muss halt mein Revier säubern. In Ordnung halten. Ja, ich weiß nicht, was er erinnert hat. Wenn du es nicht schraubt, hätte jeder einer dieser Mädels in Prostitution gebraucht werden. Mhm. Wurde. Du hast eine wirkliche Unterschiede, Officer Shen. Danke. Das ist das letzte Fial, das ich öffnete. Ich werde dich noch nicht mehr brauchen. Okay. Danke. Danke. Okay. 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 So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ja. Ach, wir haben noch ein Jahr der Status. Stimmt. Hab ich total vergessen. Dann machen wir das auch noch schnell. Ein Mann, Mann, ey. Aber jetzt ist das schöne Wetter vorbei. Oh. Oh. Oh, wir haben eine Knarre. Endlich kann das sein, dass die mich jetzt behalten dürfen. Und wen hol mal. Ja, hol mal dich. Oh, du bist so ein... Nee, du bist so ein Einschlafmobil. Nee, nee, hab ich kein Bock drauf. Oh, dich wollte ich haben. Danke. Ciao. So, nochmal einen Meister besuchen. Die zweite Statue abgeben. Da finden uns noch drei Statuen. Coole Sache, Leute. So, links rum. Da sind wir schon mal beschäft. Ja, ja, komm. Lange will ich jetzt nicht. Ich möchte erst das lernen. In der nächsten Folge werden wir uns rächen, Leute. Ich habe eine von deinen Statuen gefunden. Die Außen. Du hast es gut gemacht. Was hast du in den USA gemacht? Was macht dich denken, ich habe alles anders gemacht, als was ich jetzt mache? Du hast das Gefühl, dass ein Mann eine andere Mannes Haut wehre. Es passt sehr gut. Und trotzdem. Wenn jemand einen Mann hinterher weiß, ist es sicherlich nicht richtig. Okay. Was würdest du lernen? Ich möchte den... Den... Fingerabbrecher. Ich weiß nicht, weil... Ach, dass ich ein Konto... Ach, das geht noch nicht. Verdammt. Ich muss jetzt unten... Ach, ich muss jetzt unten das alles vorher schalten. Okay. Machen wir das. Dann zeig mal, wie geht das? Sprinten... Ah, okay. Sprinten... Space Halten. Okay. Nee. Hä? Sprinten... Warte mal. Lass mich mal in Ruhe. Verdammt. Wenn Sie Space nicht spritten, drücken Sie F. Okay. Zack. Hä? Warte mal. Ich will jetzt mal rausfinden, wie das jetzt ging. Boss! Was? Nö. Halten Sie Space und durch Sprinten und drücken Sie F. Okay, mache ich. Das war's oder was? Hä? Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Wie geht das? Keine Ahnung, Leute. Naja. Also Leute, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank für euer Zuschauen. Eure Treue. Also bis dann, euer Trixi.